Daten sollte man als Chance begreifen. Es ist immer natürlich mit Priorität auf Security und Privacy zu sehen, aber man kann mit den Daten einfach gute Dienste schaffen, die auch einen gesellschaftlichen Nutzen stiften. Wenn du ein Service-Provider hast und keine Maschinen mit Sensors hast, kannst du Hardware-Modules mit Sensors erstellen, indem du dir die Daten zu geben. Das ist eine Möglichkeit. Und dann kannst du ein Trojan-Horse für die Daten aus der Maschinen nicht machen. In meinem Plan habe ich viele Maschinen. Wenn ich einen Sensor auf die Maschine möchte, dann wird es viel Geld für die Wärme. Und so, wenn ich für die 5G-Netzwerke gehe, dann kann ich den Sensor einfach sein, und dann habe ich die richtige Verbindung mit dem Daten. Du musst in einem Ort mit Ideen beginnen. Und dann kannst du über konkrete Möglichkeiten in diesem Plan machen. Und dann kannst du es passieren. Es ist einfach zu beginnen bei einem bestimmten Punkt. Das ist, sagen wir, der secret behind. Ich denke, Collaboration ist sehr wichtig. Wenn du einfach in deinem Plan bleiben musst, dann ist es wie ein Silo. Jetzt musst du es öffnen. Du musst verstehen, was passiert. Du musst schauen, was für die Zukunft ist. Die Silo nicht mehr funktionieren. Ich bin ziemlich überzeugt. Es geht darum, die Gemeinschaft zu arbeiten. Es geht darum, insbesondere in Berlin. Wir haben eine sehr lividere Gemeinschaft von Start-ups, die in der Blockchain-Aren arbeiten. Es geht darum, immer zu exchangeen Ideen. Und zum Beispiel, der BMW-Kollege, er hat uns zu diesem Gedanken auf Daten-Sharing und wie einfach es ist. Und deswegen ist es sehr notwendig, exchangeen wie unsere Digital Wanderlust. Das Interessante hier über die Digital Wanderlust ist, dass verschiedene Aspekte zusammenkommen. Es geht um das, was man aus den Daten macht. Wie schafft man Mehrwerte für den Kunden oder zusätzliche Dienstleistungen, wo der Kunde einen Nutzen von hat. Es geht darum, dass es ein Wert für den Markt ist. Findet ihr Kunden, wenn es internal oder externe ist. Showt ihr, was ihr habt. Askt ihr, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann geht es zurück, change es. Askt ihr, was sie brauchen, und schreibt es zurück. Aber nicht zu viel Zeit, analysiert und paralysiert euch. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.